Es sind auf eigene Gefahr. Gebe ich Bambi. Jetzt sagt Melly wieder eins, ne? Ne, Melly, jetzt kannst du auch gegen mich sein. Schon okay, Melly. Geh auf die Seite der Loser. Zwei, Alter, Steven, du kennst mein Aim. Steven, auf Tastatur. Steven, so gemein. Ein Apfel. Guck mal, wie bei Lee. Ich habe so viel zu essen gefunden, das ist absolut Wahnsinn. Finde ich sonst nie. Vielleicht soll ich Bandagen schon mal so hin tun. Ja, weil du vorhin mich nicht supportet hast, Melly. Ganz oder gar nicht. Der hat halt eine Pistole, ne? Oh, Pillen! Die müssen wir mitnehmen. Scheiß aufs Seil. Ja, weg mit den Gurken, Alter. Alter, ich kann halt... Bruder. Daneben. Ich weiß halt nicht, wie hoch ich zielen muss. Ah! Höher? Ja, Fabian, wird schwer, ne? Hättest du es machen sollen, wenn ich wieder zurückkomme. Höher, oder? Bleib mal stehen, Bruder. Wow! Was ein Schuss! Ich habe ihn getroffen! Ah, meiner Zickzack! Kommt der jetzt? Wo ist der? Alter, diese Steuerung. Welcher Mensch spielt mit Tastaturshooter? Hä, wo ist denn der? Überläuft er mich? Zeig dich! Oh mein Gott! Okay, 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 okay. Stopp, stopp, stopp. Ich muss erst gucken, wo ich... Okay. Der ist dahinten, der Penner. Komm! Der muss... Der muss peaken, Leute. Der... Ne, aber was rushen, Alter? Das scheitert mich komplett voll. Der muss hier peaken. Peek! Wie der nicht peakt, der blöd Mann. Okay, Leute, der rächtet damit nicht. Pass auf. Five-Fat-Move. Five-Fat-Move. Einfach High-Ground. Habe ich von Steven gelernt aus Downtown. Ne, wo ist die Taste da? So, Peek. Komm. Für Steven. Wo ist der? Das ist aber auch ein ganz defensiver da, ne? Ist ja... Junge, wo ist der? Da, oder? Oh, Mann. Jetzt muss ich nur aimen können. Der war drauf. Rüdiger ist tot. F in den Chat. F in den Chat. Wup. Oh, ja, Junge, jetzt mich hyped. Ach, jetzt mich hyped für Bambi, Alter. Rüdiger ist tot. Das geht gar nichts. Wenn Rüdiger tot ist, rush ich auch. Ohne Spaß. Das ist mir alles egal. Für Rüdiger! Den Krieg! Ach, der ist schon tot. Oh, das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Hör mir auf. Überragend. Kommt da gerade einer? Hey, moin. Na, Chantau. Ey, wo kommst du denn her? Ich habe hier gerade nicht gerettet. Ich habe den hier gekillt. Echt? Was ist das denn? Low-Level-Zugangskarte? Brauchst du die? Green-Karte, oder was? Ja, gönn die ruhig. Ich brauche die noch nicht. Ist die für so Monumente, oder was? Brauchst du die? Nimm ruhig, nimm ruhig, nimm ruhig. Na, die ist für... Da kannst du... Da kannst du in solche Räume reingehen. Und da findest du dann eine blaue Karte. Und mit der blauen Karte kannst du auch in andere Räume reingehen. Da findest du eine rote. Und durch rote Karten findest du relativ geilen Loot. Aber da sind dann immer NPCs, die du töten musst. Das war ja gerade mein allererster Headshot. Ich bin übertrieben glücklich. Geil. Hau rein, mein Lieber. Machst du gerade? Du farmst einfach nur, oder? Ja, ja. Ich farme... Ich habe... Du farmst einfach nur wahrscheinlich, oder? Schau mal auf die Karte. Siehst du diesen grünen Punkt bei... I19, J19? Also auf dem... Fluss, bisschen im Westen. Das ist ein Shop. Ja, du meinst den Shop? Ja, genau. Da bin ich jetzt. Das ist mein Shop, Junge. Okay, okay, okay. Alles klar, alles klar, okay. Und du bist auch am Looten? Ja, ja, ja. Ich fahre mit mir alles. Ich fahre mit mir. Ey, Leute. Das war einfach ein Headshot. Zahnräder. Plane. Komm, ich habe drei Schokoriegel. Sorry, Vibali. Alter, ich habe den einfach... Der Rüdiger-Kill. Frio überragend. Ich habe den einfach... Der war schon tot. Ich hätte wahrscheinlich sonst noch... Zehn Minuten nach oben gezielt, bis er piekt. Aber Rüdiger hat mich so gepusht. Jebelle voll in den Kopf, Pyrox. Los, Heim, Sachen ablegen. Okay, Heide. Steven hat gesagt, sei zurück. Okay, Steven. Ah, laufe ich richtig? Ja, es wird halt ein langer Weg und ich muss am Räuberwald vorbei. Aber das kriegen wir hin. Ist ja die Frage, ob es so clever ist, hier oben lang zu laufen. Aber ich habe jetzt Bock. Wenn jetzt ein Bär kommt oder... Oder... Keine Ahnung, ein Wolf. Baller ich alle weg. Ich habe denen einfach einen fucking Headshot gegeben. Wie stark ist dieser Bogen auch, oder? Zwei... Ich habe auch... Ne, habe ich einmal daneben geschossen? Ja, ne? Der erste Schuss war daneben. Ich glaube, zwei... Zwei Hits und einer daneben. Ja, würde ich nehmen. Wo hast du... Warte mal. Also, ich habe schon ein Pferd. Ich brauche es nur für den Rückweg. Das... Ja, nimm das. Das stand einfach um. Also, das ist einfach gespawnt. Okay, geil. Dankeschön, Shanti. Junge, überragend. So. Noch ein Pferd abgezogen, Leute. Bester Ausflug ever. Junge, jetzt reite ich so mit dem Morgenstern in den Räuberwald und knall Rüdiger das Ding auf den Kopf, oder? Und sag Moin. Das Rüdigers Pferd. Wie überragend wäre das? Ja, wahrscheinlich lügt Shantau. Und... Bitte lass das Rüdigers Pferd sein. Bitte. Oh Gott, ich würde es essen. Nee, Bambi wäre gar nicht gut. Oh, bitte lass das Pferd von Hanno sein. Oh mein Gott. Ey, wie süß war Shantau gerade, dass er das noch vorbeigebracht hat. Räuber. Ja, die Schilder... Werden wir noch... Timed out. Beide sind weg. Oh, Freunde. Oh, Freunde. Oh, tut das gut. Oh mein Gott. Ne, das ist doof. Wie lustig wäre es, wenn Hanno jetzt käme und mich hier sieht. Würde... Lenny gleich... Banger. Ist das schön. Schön? Schön. Oder? Ah, und Leute. Hanno hat ja vorhin gesagt... Äh, Rüdiger. Wie kann man eigentlich Schilder bemalen, wenn sie bemalt worden sind? Wenn ich es jetzt locke, kann niemand anderes mehr was draufmalen. Machen wir mal. Jetzt haben wir es gelockt. Das ist unser Schild. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie es kaputt machen. Oh, ist das... Ist das böse. Ist das evil. Fühle ich mich gut. Loot. Wenn die jetzt zurück... Wenn die halt jetzt zurückkomme, ich mit dem ganzen Loot. Naja. No risk, no fun. Ah, das kann ich nicht bemalen. Okay, das geht nicht. Das haben sie wahrscheinlich gelockt. Mike von Art Attack. Kann ich das hier bemalen? Ne. Ah, die haben nur das eine Schild schon mal vergessen. Zu verändern. Ja, egal. Ist ja... Reicht ja. Und das haben wir gelockt. Geil. Skala 1 bis 10, wie stark will ich mich anlegen, Mike? Ja. Ja, warte. Die haben angefangen. Och, keine Ahnung. Lenny Traitor. Rüdi, du Wannabe-Räuber. Rüdi, du Wannabe-Räuber. Ja, okay. Jetzt kommt wieder das hier. Das ist doch so dumm gemacht. Hallo. Ja. So, ihr werdet jetzt Freunde. Das heißt halt auch, dass die halt doppelt so viel essen, ne? Naja. It is what it is. Alter, die fressen ja alles weg. Alter, hört mal auf, so wie zu fressen. Plastikwasser mögen sie, oder? Einer, der... Sag mal. Bruder. Was ist denn los? Zum Wunsch frisst der eine den anderen. Ja, aber die kacken gar nicht, ne? Der eine hat doch nicht einmal geschissen. Ja, komm. Fünf Kartoffeln. Gönnt euch. Alter, die sind nur am Fressen. Ich glaube, das Wasser bringt hier nichts. Alter, die fressen ja immer noch. Michael's Vater. Jetzt hört doch mal auf zu essen. Ihr werdet fette Pferde. Aus. Ja. Ah, ne. Kriege ich noch so einen Futtertrog hin? Da brauche ich dafür noch was. Holz. Ja, erstmal Loot ablegen, hat Steven schon recht. Hat der Steven schon recht. Und dann baue ich da noch so einen zweiten. Wobei, ne, wenn ich einen zweiten baue, muss ich das Essen ja auch splitten. Ne, dann bleibt es so, wie es ist. Alter, wie viel? Ich habe drei Fernleser gefunden. So, warte mal kurz. Oder? Ja. Das kommt rein. Okay. Ist da noch keiner was gekauft, Leute. Nobody. Ich könnte die Vorhersage auflösen. Und ich war sogar sechs Minuten zu spät. Ja, also ihr habt schon recht. An der Straße mache ich wahrscheinlich mehr Umsatz. Aber vielleicht, wenn das halt hier ist, kommen mehr Leute zu mir. Das kann ja auch lustig sein. Wisst ihr? Mehr Interaktion. Alter, ich höre die wieder fressen, die Pferde. Die fucken ja nur ab. Deswegen hast du schon tausend mitgegeben, wahrscheinlich. Technologiebaum. So. Schotflinte. 75. Was habe ich? 71. Oh, malig. Aber egal. Bald können wir uns eine Wasser-Dings-Schrotflinte gönnen.